Herzlich Willkommen, Freunde! Zurück zu... Ähm... Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4 Ähm... So, hallo, hallo Achso, ich bin ja kein Kobold Äh, ihr seid kein Kobold Ach, kaputt gegangen Ich brauch'n Kobold Ah, doch War richtig? Oh, war richtig Cool Cool, 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 cool Waaaaah Waaaaah Ach, ich liebe die Achterbahnfahrten Früher hab' ich's gehasst, tatsächlich Früher mochte ich die gar nicht Es kam irgendwie Somit... weiß ich nicht Irgendwann mochte ich die echt gerne Äh, er kann da nichts machen Das Schloss ist noch... Kann ich auch nichts mitmachen Mit dem Besen kann ich aber was machen Oh, ah Achso, ach, das sind keine Besen, das sind Fackeln Okay, dann sind's Fackeln So, mit dir kann ich auch noch einmal schlagen Äh, das da geht nicht Gut, dann gehen wir mal hier weiter Und gucken hier Was wir hier für Umfug machen können Als irgendein Drache Oder was das da darstellen soll Petrifikus Totalus Okay, hat nicht geklappt Hat nicht geklappt Ich glaube, das ist für später Vielleicht ist das das verbotene Verlies Mal gucken So, wir holen ihn hier auf jeden Fall Und machen hier mal eben das hier auf Uh, uh, da ist ja mein Geld Geld, Geld, Geld Dich hol' ich mir aber hier Okay Okay, und du machst hier Peng Und Peng Und danach machst du hier alles klein Alles klein machen hier Das ganze Geld Ist unsers Ist unsers Du stehst da hinten Man, man, man Hast du ein Sprungbrett Für das Geld Super So, das machen wir auch noch auf hier Harry ist ja reich Wie jeder weiß Den Reichtum Den kann man jetzt Wieso ist da Dings Ich weiß es nicht Hä, ist das Hagrid's Verlies? Bin ich bekloppt? Oder wieso ist hier eine Spinne? War das Aragog vom ersten Teil, oder was? Nee, kann nicht sein Kann nicht sein Äh, achso Ach, Harry Kannst du nicht mal langsam zaubern? Oh, ich muss da drauf Hagrid Ich muss da drauf So, jetzt Danke So, jetzt können wir hier weitermachen So, was machen wir jetzt mit dir hier? Klappt das? Oh Gott Ich dachte, ich würde vom Feuer getroffen Sehr schön Äh Hier Schnell, schnell, schnell X Hallo X Mein Gott, ey Stress pur hier Achso, A gedrückt halten Oh, Harry Noch mehr Geld Das ist dein Verlies Nämlich Hä? Hä? Ah Gehört das mir? Ja, natürlich Harry Ja, Party Oh Gott Ah, hier ist es Oh, ein Beutel Ah, das nehm ich mal mit So, Harry Du gehst jetzt da Winkelgasse Du holst dir den Zauberstab Und ich mach was anderes Oder ich komm Einfach mit Weil ich doch nichts anderes mache Naja Ach, lol Das hab ich grad übersehen Guck mal Ich übersehe sogar noch mal Bei meinen vierten oder fünften Wann hier alles Oh Hä? Ah, der hier Könnte zu ihm passen Ah, Vorsicht Sie hätten mich fast explodieren lassen Hier Der hier Oh Seltsam Dieser Zauberstab-Junge Er gehörte Sein Bruder Gehörte Jemanden Böses Oh, guck mal, Harry Ich hab hier einen Hut für dich gekauft Und eine Eule Wie willst du die nennen? Hedwig Hedwig, ja Da, 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 da ja und schüler in gefahr war auch super ohne stein haben wir jetzt abschießen ja und wahrer zauberer und schüler in gefahr okay und dann geschichte fortsetzen wappen wurde uns jetzt nicht angezeigt seltsamerweise vielleicht weil es die winkelgasse war das kann auch sein da sind wir schon beim gleis 9 3 4 wie komme ich hier rein neun drei vierte oh hallo ich bin fred ich bin george ich bin weg oh hallo ja guck mal du musst einfach nur durch die wand rennen oh mein brille ist kaputt oh gott gib mir mal oculus reparo tschüss spielen wir nicht im zug doch oder ne tun wir nicht ok alle aussteigen oh hallo harry was machst du denn da ach ja stimmt ich hab dich ja eingeladen oh gott ah boah wieso sind die denn so viel schneller als wir das ist ja schon wieder hier abzocke des todes oh das sind die neuen schüler uuuu guck mal der hut guck mal es gibt vier neue schüler ravenklau gryffindor und hufflepuff und slytherin hm oh auf einmal sind es sechs schüler oh da stehen noch mehr oh mein gott gryffindor ha pf macht platz ihr fette fette kinder slytherin hm eigentlich slytherin nein 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 Gryffindor ah guck mal selbst er hier gratuliert uns hm oh hallo possible guck mal das ist die große treppe und ihr müsst aufpassen jede treppe führt woanders hin oh guck mal da sind wir schon im äh oh gott was habe ich da kaputt gemacht ich weiß es gar nicht mehr egal auf jeden fall haben wir irgendwas gemacht wir haben jetzt einen zauberstab was sehr sehr schön ist äh ich kann das da noch machen das kann ich noch machen äh die eule ist da um ähm rote paketchen zu Dingsen Wingardium Liviosa haben wir noch nicht oder ich meine ich meine haben wir noch nicht achso warte wir können das ja kaputt machen dann können wir da hoch springen boing ach das war die aufgabe ok ok hab verstanden so oh fast oh wii warte kann ich hier auch hoch springen ne ne hoch kann ich da nicht springen aber wir ach gott ich will und hopp ok einen haben wir schon mal den den anderen holen wir uns auch noch irgendwie oder warte hüpfen wir ah jetzt jetzt habe ich ihn jetzt habe ich ihn ok gut dann müssen wir jetzt noch das hier machen peng peng eine spinnende weg da haben wir one in ach one hogwarts outfit haben wir freigeschaltet super sehr sehr schön sehr sehr schön ok mehr können wir hier schon gar nicht ah hier ist der goldstein für die da oh nochmal hier ein paar bücher das ist der gryffindor gemeinschaftsraum sehr hübsch auf jeden fall ich finde es auch cool mit dem schachbrett das sieht richtig cool aus es gab ja früher oder es gibt glaube ich immer noch von elpenwald glaube ich ein schachbrett von harry potter es ist echt cool aber mir persönlich zu teuer und da ich eh kein schach spiele außer zwischendurch also früher habe ich echt zwischendurch mal online schach gespielt und daher kenne ich glaube ich auch die regeln alle äh oh ach der hat was der hat was aufgegessen er ist er hat eine hose aufgefressen und noch was eine uniform ach ich hätte auch gern so eine kommode die mein zeugs befreit ist das nicht cool so aufwachen oh oh wie komme ich denn dahinter so hier ist ein Gryffindor Junge schade dass er keinen namen hat hätte mich mehr gefreut tatsächlich so äh Junge gehts dir gut ja super ich habe dich befreit ich weiß nicht ob du in Gefahr warst weil ich habe dich ja eigentlich dazu gebracht doch okay okay er war in Gefahr okay 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 er war in Gefahr obwohl ich das zu verursachen hatte aber das macht ja nichts ne Hauptsache ich bekomme dann die Punkte finde ich auch finde ich nur gerecht Leute finde ich nur gerecht so hier können wir ach ne können wir auch nicht weil wir kein Wingardium Liviosa haben oder Lumos oh hier haben wir irgend so einen Mann und du was hast du hast du Bauchschmerzen mach mal Platz da hallo 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 okay oh sorry ich wollte dich nicht verletzen ah guck mal ah und jetzt können wir hier raus okay sehr schön so dann können wir wieder weg das ist die ähm Gott wie heißt sie nochmal die fette Dame ne oh das ist echt ein gemeiner Name ne so in der heutigen Zeit würde ich das schon als gemein empfinden oh kann ich kann ich eigentlich Hermine spielen hat die bessere Zauber ne hat sie glaube ich noch nicht was sind das denn was sind das hier für komische Geräusche sind die von draußen ich glaube schon ah guck mal wir müssen die Dinger hier machen damit wir den nächsten Goldstein kriegen hier haben wir den Irwig den können wir noch nicht machen damit können wir auch noch nichts anfangen ich glaube ich bin äh falsch hier unterwegs aber es macht grad nichts so gehen wir mal weiter was hab ich dich ne musst du doch da hab ich irgendwas übersehen irgendwas hier gehen wir aber auch mal eingucken hier oben super Goldstein nice haben wir schon den nächsten haben wir schon den nächsten so dann gehen wir mal hier runter gucken oh Treppe Treppe will ich da hoch? ne ich bin nicht da hoch hallo ist da jemand? ok ähm wir brauchen Kretzi ah ah hallo? ah danke 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 auch Hermine mach mal Platz da so dong 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 äh oh oh ah aha 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 okay jetzt ist er unten da wird dann wohl der dritte Stock gewesen sein äh genau da kommen wir glaube ich ja später rein so die 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 ein dreiköpfiger Hund war das ich werde noch nicht den Namen noch nicht sagen weil das wäre dann ein Spoiler obwohl man mittlerweile echt die Filme gesehen haben sollte nach k keine Ahnung 40 Jahren gefühlt. Können wir auch noch nichts machen. Habe ich bei dir schon was gemacht? Ne, habe ich noch nicht. Super. Oh, hier ist ein blauer Stein, oder? Ja. Dich habe ich gesehen, blauer Stein. Uh, haben wir noch einen? Einfach immer hier, ne? Was hat die denn da hinten eigentlich? Irgendwas blaues. Ist das... Ach, ein Buch. Es könnte ein Buch sein, oder? Irgendwie so eine Art Notizbuch. Oh, wo ist er denn hingegangen? Ist das die Eingangshalle? Ne, ne? Ich weiß. Bin mir gerade nicht so sicher. Aber wir können ja auf jeden Fall viel, viel Quatsch machen. Ja. Uh. Okay, dann gehen wir mal rein. Oh, jetzt sind wir schon in einem Innenhof. Ist vielleicht das Biadukt? Könnte, könnte das Biadukt sein. Und mal gucken, was wir lernen bei Professor Flitwick. Oh, das Dingspumpst und das Schwingen und Wedeln. Vingardium Leviosa. Aha, so geht das also. So, und dann mach mal vor. Du kannst das ja so gut. Vingardium Leviosa. Hä? Irgendwie geht das nicht. Hm. Hm. Ha, 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 ha. So eine Lusche. Hä? Oh. Und wer darf jetzt ausbügeln? Natürlich ich hier. So. Der hält da schön fest. Dü, 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 dü. So, ihr Tomaten hier, hä? Was habt ihr? Guck mal, ich mach hier mal hier bisschen Licht an. Dann ist die Atmosphäre schöner. Ha, hier können wir nichts kaputt machen. Okay. Ha, einfach erstmal hier wild drauf los, Leute. Wild drauf los. Den Goldsteine, die gibt es hier überall. Überall. So, diese Pflanzen, die kann man kaputt machen mit Vingardium Leviosa. Isbys sind brutal, aber Jungs, ey. Mann, 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 Mann. Wir sind doch schon abgehärtet, oder? Sind schon abgehärtet. So, greifen wir noch die oben Dinger da an. Gehen wir noch mehr. Hier können wir jetzt eine Treppe bauen. Äh, die Treppen hier, die müssen nicht perfekt sein. Aber wenn man es gerade schafft, dann kann man die auch perfekt machen. Ich hab jetzt aber keine Lust, die Treppe noch nah links zu bauen, weil das ist immer sehr, sehr nervig tatsächlich. So, was macht er da jetzt? Ach so, oh Gott. Stand auf diesem Flug Dingsbums drauf. So, hier, nimm das mal in die Hand. Sehr schön. Den hätten wir auch. Sehr, sehr schön So Machen wir hier Oh Die Batterieleistung ist nach Okay Okay, okay Dann lade ich den gleich auf Nach dem Part Kann ich da noch mehr was machen? Nee, ne? Boah, Alter Wie viel Geld kommt denn da raus Wenn ich das mache? Uh Da kam nämlich ein Junge raus Das wusste ich natürlich Deswegen habe ich das gemacht Hohohoho Spaß Spaß Das wusste ich echt nicht Ich habe eigentlich meistens Immer schon direkt Beim zweiten Oder dritten Mal aufgehört Obwohl dann habe ich auch Keine 100% geschafft, ne? Bestimmt, ihr habt nicht erwischt, Leute Nee, 100% waren auch nur Ähm, auf Äh, die Golddinger da Ne? Charaktere habe ich glaube ich nie Nie 100% gemacht Hä? Hä? Wie muss das denn? Ich mache erst mal den Kopf glaube ich Ich mache erst mal den Kopf Das ist glaube ich leichter So und jetzt? Ah, jetzt Wusste ich doch Kopf ist leichter Oh, da ist nichts mehr Den können wir hochheben Und der macht Das Super Super, super Boah, das muss ja so fest da drin sein, ja? Dass das so gut hält, ey Das ist ja echt Kaum zu glauben Kaum zu glauben So, guck mal Da haben wir unseren ersten Richtigen Zauber Und nicht nur Wisch Und irgendwas passiert Ich würde es mal Slupo nennen Vielleicht Vielleicht, vielleicht Und jetzt können wir schon runterspringen Zu ihm hier Oh, hier ist noch eine Die machen wir nur an Super Haben wir noch eine übersehen? Ich meine nicht Ah Weg mit euch hier Euch nehmen wir auch noch mit Sehr schön Sehr, sehr schön Wir könnten auch uns hier reinsetzen, glaube ich Ne, können wir nicht Okay Dann Hallo, Herr Fledibig Achso, wir sollen einfach gehen Okay, dann gehen wir Dann tschüss Ah, und da wartet er hier schon wieder auf uns Hey Leute Ich würde dann Genau Mit dem Bild verabschieden wir uns Für diesen Part Wir sehen uns dann morgen wieder Bis dann Euer Kamito Haut rein Und Ciao